So, hallo, wir machen weiter bei Nihilumbra, der vielleicht letzte Part, ich weiß nicht, was noch kommt, was das Spiel noch bietet, ob wir noch Achievements dann machen, aber wir haben den letzten Volt-Abschnitt vor uns. Und ja, ich bin gespannt, was passieren wird und ob wir ihn überhaupt schaffen. Das wage ich noch zu bezweifeln, denn der ist mit Sicherheit jetzt richtig böse. Ich liebe es, dass die Kamera am Anfang nicht losläuft, wenn man das erste Mal das Spiel startet. Ja, danke, dass hier Eis, äh, dass das Stracheln sind. Das ist nett, Spiel. Das ist nett zu wissen. Ups. Das war zu bald. Ach ja. Das war zu bald. Das war zu bald. Ach, nee, Feuer. Ich bringe euch Feuer. Verfickt, äh, verkackt. Entschuldigung. Wollte ich nicht sagen. Das war zu bald. Zu langsam. Ah, das hätte hinhauen können. So, jetzt mal. Hui. Das war punktgenau. Wups. Äh. Hi. Das ist ja nett. Kann ich bitte da drüben bleiben? Das wäre voll super. Warte, kommt da hinten schon das Ende? Da kam schon dieser, dieser, dieser Gang. Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Nicht, dass ich es schlimm fände? Hallo. Unfassbar. Äh. Wut? Warum? Hm. Ich muss den anderen dann wieder ausmachen. Ah, zu langsam. Mann. So, der weg jetzt. Was? Dass der mich nicht mehr anzieht. Der weg. Der weg. Der weg. Danke. Ja, hier kam das letzte Mal der Schluss. Und ich bin wieder langsamer. Ich kann mich wieder kaum bewegen. Wir sind am Ende. Na, jetzt bin ich gespannt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das war viel zu einfach für den letzten Void. nào? Ich bin leidig. Ich bin leidig. Ich bin leidig. , du bist leidig. Das sind einfach nicht vieß. Das ist ein lithiserste hintern. Ja, wo mal rausforsche! Eine neue Sprache. Ist das diese Geheimsprache? Das ist das diese Geheimsprache. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Dann guck uns doch die Sprache mal an. Ja! Was? Get the fuck out! Great stuff you done! See the toucher, stuff the game! Das Sound! Picker Idiomen! Das war die Sprache, ne? Ja, das ist jetzt die... Wow! Wow! More cheese for the mouse! You get a new GPU! You get a new GPU, heißt das, tschuldigung. Was war das im Original? Ach, Grafik kommt zu! Oh! Fill my screen! Let us manage the complicated stuff! Complicated stuff! More complicated stuff! And yet more complicated stuff! Oh my god! 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 Ist das... Wann das die Credit? Ich weiß gerade nicht mehr, was das war! Wartet mal! Was war das im Original? Ach so! Du sagst jetzt nicht, die ganzen Achievements sind übersetzt worden! Okay, ich dachte schon! Huiuiuiui! Das wär krass gewesen! Was fehlt uns denn da jetzt noch? Did you understand? No! That's because it's the secret language! Okay, wie kriegen wir den? Wahrscheinlich, wenn wir alles gelesen haben, was man lesen kann! Ich weiß es noch nicht! You beat the void mode! Seriously? Without walkthrough? Ja, fast! Ich musste mir beim Ice 4 helfen lassen vom Aggressor! Ansonsten habe ich es geschafft! Dies der Eck! How cute! Tja, keine Ahnung wie man da rankommt! Das... Weiß ich nicht! Ähm... Snail soup! Weird and tasty! Klingt wie als ob ich die Schnecke in die Lava oder so stoßen könnte! Hm... Keine Ahnung! Teilweise sind sie schon übersetzt! Fukuda... Was ist das? Tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön! Ach, das war der! Das war der mit den Bällen, ne? Teilweise wurden sie übersetzt! Ja, hier, die sind alle übersetzt. If the city had a name, fearless firestuff, dizzy desert. Frozen frenzy. Why? Ach, hier auch. Angel of death, it brings death and potato. Das klang so nicht, oder? Das war anders. Das hieß irgendwie anders, glaube ich. You smiled when you got that one. Don't lie to me. Doch, die wurden auch übersetzt. So you know how to jump. Winter is leaving. There's a forest. You beat it. Strong as a beer. Doch, die wurden auch übersetzt. You thunderstorm. Use. Thunderstorm. Entschuldigung. Lots of difficult puzzles to get this one. Richtig. Volcanoes are like Tornadoes, but with less sharks. It wouldn't be Sabadell. Was? Keine Ahnung. Ach so, wenn diese Stadt einen Namen hätte, wäre es nicht. Ja, okay. Did you know that Nihilumbri means the shadow of nothingness in Latin? Ah. You have all colors, but where's orange and black and white? This is a scam. Oh god, großartig. Fuck you must have handed, but they suck. Oh man. Carrot shot. That's when you drunk a carrot on a small glass. Ach so, das heißt, wir müssen das gleich nochmal neu lesen. Hier, die mir fehlen. Ah, ich bin doof. The little drop of horror. Seriously, that movie is awesome. Make feature games, not war. Even if I don't want to kill, I am forced to kill. Oh my god. Das ist jetzt, sagt jetzt nicht. Hier ist auch alles übersetzt worden. Das wäre, das wäre ein wenig krass. What? Ich gehe die jetzt alle kurz durch und ihr könnt pausieren, wenn ihr euch die genauer anschauen wollt. Plants, that's throw shurikants. Oh god. Ey, wie riech ich die Potato? Oh god. Chicken skeleton. Die Darth Vader plant. Ich lese jetzt nicht alle vor. Why are you so fast on white mode? Wui. 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 That's so next gen. Oh man. Ach, und hier kann man es auch nochmal groß machen, oder was? Nee, kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Dachte ich kann da vielleicht. Doch, kann ich. Okay. Soll ich das gerade mal mit allen machen? Wer sie sich wirklich, ja, wer sie sich wirklich genau anschauen will. Oh, das ist schön. Das machen wir dann nachher auch groß. Ich mach mal kurz, für die, die das halt mögen. Ich bin da jetzt nicht so, oder. Ah, ich kann dich auch so anklicken. Sehr schön. Dann klicke ich die kurz alle durch. Und wenn ihr es, wie gesagt, anschauen wollt, dann könnt ihr es pausieren. Ist jetzt doof, dass ich es erst vorhin gesagt habe. Und dass ihr vielleicht vorhin schon pausiert habt. Aber, gut. Jetzt könntest du nochmal größer angucken. Ah, ist schon immer cool zu sehen, wie solche Charakter-Designs und so weiter und alles entstehen. Looks like a dog scratching its butt. Oh, man. Tutorial-Levels, white, but white. What the fuck is this? Oh, ist das großartig mit der Sprache. Holy shit. It was supposed to launch coconuts. Der zweite Ort. Wie komm ich an Potato? Das müssen wir noch rausfinden. Der dritte Ort. Even boxes need concepts. Ja, richtig. Selbst Boxen brauchen Konzepte. Der dritte Ort. Der dritte Ort. Der dritte Ort. Der dritte Ort. Oh, Mann. Ich habe das gemacht. Ich kann Photoshop. Das ist wieder. Ich habe das. Das ist wieder. Du kannst es. Ich kann es. Du kannst es. Ihn Name war ein misspelling. Ich wollte sie öffnen. Entschuldigung. Fuck. Wo habe ich denn jetzt aufgehört zu öffnen? Oh mein Gott. Hier habe ich glaube ich noch geöffnet. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Wow. Habe ich die jetzt geöffnet? Oder habe ich teilweise nur durchgeklickt? Doch, ich habe die geöffnet. Doch, doch. Ich habe die geöffnet. Sorry. Jetzt war ich wieder... Aber hier habe ich glaube ich aufgehört zu öffnen. Deswegen ist es mir hier erst aufgefallen. OMG, die Graphics. OMG. Ja, so hätte es auch aussehen können. That's our next gen. Hard to pronounce. Nihilumbra. Vermutlich verschiedene Titel. Also äh, äh, Konzepte für den Titel. Nicht für den Titel an sich, sondern für das Aussehen des Titels. Design. Danke. Titel Design. Ja, wer es lesen will, viel Spaß. They kill. Game Design is awesome. Final Boss. Gibt keine Bosse. I want this stuff in the game. Google Bombing is gleich true. Ja, wer es versteht. Viel Spaß. Born, head and arm. Oh. Holy shit. This is how the world ends. This is how the world ends. It's called Klymouth Kors. Korset Kliens. Alter. Das einzige, was wir nicht haben, ist dieses Potato-Ding. Landscape. Das hier sieht halt natürlich wunderschön aus. Vor allem, nachdem man es befreit hat. Okay, jetzt wird mich aber natürlich brennend interessieren. Erstmal kann man hier noch irgendwas lesen. More Porefiles. Aber tatsächlich, okay. Ähm. The Game. Okay. Ich würde jetzt wirklich interessieren, ob der Typ, der da spricht, ob der jetzt, ob das jetzt alles, das wäre krass. Ähm. Ich wollte nicht in den Void-Modus. Danke. Nein. Keep the playing. Ich hoffe, der Boop. Oh Gott. Ich wollte den normalen Modus. Dankeschön. Ich will den Typen sprechen hören. Weil das wäre übel, wenn der jetzt auch noch so spricht. Also er spricht nicht, aber er steht dort. You'll never see the Void again. Sure, bro. Ja, das ist ein Checkpoint. Neat. Ich bin ziemlich sicher, dass es nicht ein großes Messer ist, der da hinten ist. Woa, that's fast. Jump down the freaking cliff, gosh. Ah, okay. Und jetzt bekommt man das Polyglot. Jetzt hat man sozusagen die Sprache gesehen. Da first play. Oh Gott, das heißt, man müsste das jetzt alles nochmal spielen, wenn man jeden Text mitnehmen will. Das überlasse ich euch. Holt euch nicht, Lumbra. Das ist ja voll cool. Das ist ja voll cool. You're safe. Yeah, yeah. I lied. Oder wir spielen das im Stream. Ich weiß aber nicht, ob das so spannend ist. Nur wegen dem Text nochmal das ganze Spiel durchzuspielen. Oh Gott, da war noch was. Schade, dass das nicht vorliest. It's snowing, which means that there's snow. Oh Gott, ist das großartig, wie sich das Spiel jetzt gar nicht mehr ernst nimmt. You're awesome. Oh nein. Alter, ich kann nicht mehr. Oh Gott. Alter. Hier kommt kein neuer Text. Okay. Oh mein Gott, ist das gut. Das wird aber auch bedeuten, man müsste es wirklich nochmal mit einem neuen Profil anfangen in das Spiel. Weil so spielt man ja nur das Zeug durch, was es schon gab. So kommt man gar nicht mehr in die Tutorial-Levels, wo ja auch Text war. You should be retressed by this point. And you should understand the plot. I mean, the void is chasing you and you are small and tiny and useless. Oh Gott. Das, ja da, das ist, das ist großartig. Oh Gott, ist das großartig. Aber ich kann das jetzt nicht nochmal spielen, weil... Aber das, 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 das... Also ich bin jetzt wahnsinnig neugierig drauf, was das Spiel sich alles da noch ausgedacht hat. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich liebe das, wenn so ein, wenn so ein Spiel, was an sich relativ ernst ist, dann nach einer Weile sich halt, also ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. The same stuff is you don't learn to break boxes, you don't pass from this point. Oh Gott, ist das gut. Oh Gott, ist das gut. Okay, das können wir aber jetzt nicht durchziehen. Sorry, das, das geht nicht. Oh Gott, ist das gut. Ah. Da, da. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream interessieren würde, dass wir alles nochmal durchspielen. An sich könnte man es machen. Ich überlege es mir. Jetzt muss ich nochmal hier auf Deutsch umstellen, wegen den, wegen den Geschichten hier. Alter. Ja, und hier sind jetzt wieder die normalen. Okay, ich habe das gar nicht gemerkt, dass das die anderen waren. Oh mein Gott. Ich schaffe den Void-Modus. Das hieß also Gleich-Mood. Ah, und das war sozusagen, diese Übersetzung war dann hier, What? You beat it without the walkthrough? Versuche die Geheimsprache. Ja, haben wir gemacht. Das war cool. Oster-Ei. Geh wohin, wo noch niemand war? Tja, keine Ahnung, wo das sein soll. Töte Klimits ohne zu schießen. Ach so, das ist das mit dem Soup-Ding. Das war vielleicht ein Hinweis, dass man das wirklich mit der Lava machen kann, irgendwie. Hm. Hm. Das hier füttere ein Skellgort mit einer Box. Zerschlage zwei Quallaggers mit einer Box in weniger als einer Sekunde. Keine Ahnung, wo man das machen soll. Abgeprallter Schuss. Das finde ich immer noch am besten gegen das Aktuelle. Schlecht übersetzt, aber okay. Ja gut, aber dann sind wir durch. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, keine Ahnung, wie man die Potato bekommt. Vielleicht, wenn man alle Achievements hat, ich weiß es nicht. Hier sieht man jetzt nochmal, dass es natürlich normal aussieht hier auch. Oh, und jetzt stand sogar schon Potato dort. Und jetzt ist es nur noch Fragezeichen. Also keine Ahnung, wie man das freischaltet. Ich mach das jetzt nur nochmal kurz, damit hier nochmal die normalen Texte stehen. Coding. Die Welt der Nihilum. Ah, das sieht schön aus. Und mit dem Bild verabschiede ich mich von euch. Ähm. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wir beenden das an dieser Stelle. Vielleicht machen wir im Stream nochmal den kompletten Story-Modus wegen dem Textzeug. Muss ich mir überlegen. Wäre irgendwie schon cool. Wird ja auch jetzt nicht allzu lange dauern, weil so schwer war es ja nicht. Ich überleg's mir. Danke jedenfalls fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein bei Nihilumra. Danke fürs Helfen. Wenn ihr Tipps gegeben habt, etc. Wenn ich was vergessen haben sollte, hole ich's nach. Also was wirklich Großes, was man auch noch im Let's Play machen kann. Aber ansonsten, ja. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.